Hallo YouTube und willkommen zurück zu It Takes Two. In der letzten Runde hatten wir, in letzter Runde? Nein, in der letzten Folge hatten wir den Bossfight. Wo ich sagen muss, der war nicht so schwer wie der Affe. Da war der Affe weitaus schwerer. Ich glaube, wir haben es uns relativ einfach gemacht, weil wir nicht mehr rumgefahren sind, sondern nur noch nach links und rechts gelenkt haben. Ja. Ich glaube, wir haben das auch ganz gut zusammen hinbekommen. Ja. Mit dem Lenken. Okay, wollen wir weiter? Weiter geht's. Okay, auf geht's. Hui. Aber es macht so einen Spaß, das Spiel, Leute. Ja. Wenn ihr es spielen könnt, dann kauft euch das Spiel. Ich denke, bevor du spielst, das ist auf einer riesigen Leinwand. Ja. Oh, mega. Äh, enten? Enten? Oh, mein Gott. Ja, das ist in der Geisterbahn. Können wir entgleisen, wenn wir zu schnell sind? Äh, stopp nicht. Oh, pass ihn. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Der Brich ist nicht so zu hoch? Gosh, es ist winch von einer Bühne. Hey, das ist Bühne. Oh, ja. Ich liebe den Bühne. Warum hast du ihn mitbekommen? Ich habe das gehört. Jetzt können wir auf den Elefanten. Es muss ein Weg geben, um die Brücke zu reduzieren. Hey, da! Die Brücke ist nur für die Besucher zum Kastel. Oh, gut, wir sind zum Kastel. Are you here to see the Queen? Ah, nein, nein, wir sind hier to see the Elefanten. Oh, welche Elefanten? Oh, Rose's best friend, Cutie. The Elefanten ist da. Oh, das ist die Queen. Huh? Oh, Gott, das ist richtig. Rose gave the Elefanten a crown. You know, a Queen's crown. So Rose made the Elefanten into a Queen? Ja, ich glaube so. Es ist ihr Favorit toy. Oh, perfekt. So now we're killing a Queen. Oh, pardon me. Killing who? Nein, 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 nein. Sie sagten Chilling. Ja, Chilling mit der Queen. Wir sind wirklich auf die Chilling mit der Queen. Ich sehe. Aber das müsste Rose doch dann hören, wenn der Ballon platzt, oder? Ah. Oh, warte, 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 warte. Du musst... Ah. Oh. Ich muss ja hier loslassen. Hier. Und jetzt? Keine Ahnung. Ah. 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 Komm ich hoch. Ähm. Okay, ja. Okay, fertig. Muss ich jetzt schon springen? Warte. Ah. Okay, fertig. Muss ich jetzt schon springen? Nein! Ich bin umgekehrt. Was ist das eigentlich? Oh Gott. Was ist denn auch noch? Mann! Auch noch kurz. Okay, einer. Oh! Äh, warte mal, ich muss mich jetzt rausschießen, glaube ich. Oh, es war zu hoch. Okay. Okay, ich schieß halt auch tatsächlich, wenn ich gleich Y drücke. Genau, ich muss, ich muss lenken. Mach mal. Soll ich? So. Ich bin immer verwirrt von der, von der Anzeige. Warte. Wenn nicht, ich schieß einfach mal, warte. Okay. Ähm. Noch mal? Muss ich jetzt rein? An den anderen Ballon kommen wir nicht. Doch, dort ganz hinten. Aber... So war das? Ich kann das halt nicht einschätzen hier, wie die Flugbahn ist. So noch ein Stückchen höher vielleicht. Oh! Ganz knapp. Ein Stückchen höher noch. Okay. Nein! Oh nein! Oh nein! Die Höhe war perfekt. Ich warte jetzt einmal, bis der wieder zu mir aufmacht. Oder jetzt schon losschießen. Nee, nee, warte. Ah, wir müssen den doch irgendwie kaputt... Hä? Muss ich um die Ecke fliegen? Wahrscheinlich. Oder durch das Gitter. Komm, versuch mal durch das Gitter. Wollen wir jetzt ja durch? Ich glaube nicht, oder? Nicht. Aber was tun wir nochmal? Nee. Vollstange mitgenommen. Warte mal, kann ich in der Luft lenken? Machen mal so. Ah. Komm mal, beim ersten Mal. Easy. So, jetzt musst du da drüben. So, jetzt musst du da drüben. Auf die Scheibe. Oder? Äh. 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 Hm? Ja. So, die Kugel kommt dann hier... raus. Aber ich kann das da nicht benutzen. Ich kann hier auch nichts bewegen. Warte, vielleicht müssen wir uns die Kugel rausholen. Ah. Okay, warte. Okay, na dann. Du musst mit Gleichgewicht halten, oder? Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Oh, das vibriert voll mein... Ja, ja, warte, 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 warte. Oh, hey, watch it! Mein Controller flippt aus. Mach ein Drach! Okay, warte. Warte, warte, warte. Ich schaff's. Easy. Okay, du musst immer da hoch. Äh, RT? Oh. Hat's nicht so weggenommen. Ah. Wo muss ich die denn hinwerfen? Ich kann meine Kamera nicht drehen. Warte mal, warte. Ich muss von da an... Ich muss die von der anderen Seite rübernehmen. Ah. Dieses Spiel, ey. Ich lebe es. Ich lebe es. Es ist so... Jedes Level ist... Wir müssen... Komm du erst mal auf... Wir müssen, wir müssen so schwingen, dass wir... Ja, ich bin auf deiner Höhe. Warte, wir müssen halt so, dass wir... Warte. Okay, jetzt. Nee. Doch. Wir müssen... Wir müssen zusammenkommen. Ach so. Jetzt schwingen wir gleich. Warte. Okay, warte. Okay. Mitte. Warte, warte, ich stehe. Okay. Mitte. Warte. Warte, wir warten. Wir hatten's doch. Okay, warte. Okay, und Mitte. Raus. Mitte. Raus. Okay, und jetzt? Übergabe, oder? Nee, wir warten noch. Jetzt. Ich muss... Oh! Was? Wie böse! Ich hab den falschen Knall. Aber ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie hier drüben. Ich hab sie. Hä? Muss ich nicht hier ablegen? Hä? Muss ich nicht hier ablegen? Du musst die hier oben reinwerfen. Du musst schwingen und die hier oben reinwerfen. Ach du Kacke. Müsst du das machen? Ich bitte, Sonja. Kannst du mir die geben? Nee, sie schwingen. Und jetzt? Jetzt können wir sie nehmen. Ja, und jetzt? Können wir hier rüber gehen, oder? Brauchen wir die noch? Wir müssen ja den Ballon abschießen. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal mit. Uah! Ich bin gefallen. Ja, die... Uah! Der Ballon ist geplatzt. Oh, weder nicht. Ich bin wieder zu doof zum Springen. Okay. Ah, okay. Wir müssen beide hier... Aufs Link? Und... Okay. Ähm. Ah, Gott. Das wird jetzt wieder... Oh, wie böse. Na dann. Gehen wir zum Schloss. Ja. Oder die wilde Fahrt. Weiter geht, die wilde fahrered... Oah! Ist gemein? Oh, oh, oh. Ähm, ähm. Da, also... Eieiei! Eieiei! Oh Gott! Oh! Hugo! Oh, ä... Mega! Oh! No. Oh, mega! das Gefühl, wenn man hier so schnell durchrennt, man verpasst so viel. Ähm. Wir sind im Schlosshof. Mega. Oh. Es ist so schön, dieses Spiel. Es ist einfach nur wunderschön. Ähm. Ich bin stark, nee. Wobei mir hat sie gerade übel vibriert. Ja. Und hier irgendwas? Irgendwas? Diese Bäume, die sind halt einfach aus karierten angemalten Papier. Ja. Das ist so schön. Oh mein Gott. Ich würde gerne reiten. Ja, geht aber nicht. Wow. You and Rose built all of this? Oh mein Gott. We sure did. It's not bad, Cody. Not bad. Happy Birthday. Oh, sorry. Just couldn't resist. Ich würde das auch von mir live machen, wenn es so ein Großkuchen gäbe. Oh, guck mal hier. Warte. Ich habe gerade einen da rausgezogen. Wo hast du einen rausgezogen? Hier. Der hing hier fest. Ja, genau da. Der. So einen. Jetzt hängt er dort fest. Jetzt hängt er wieder da fest. Okay, ich glaube, den können wir noch hin und her schießen, oder? Jetzt fliegt er wieder da rüber, ne? Ja, okay. Ja, armer Kerl. Okay. Aber guck mal, hier ist ein Zug. Oh, wow. Oh, Minispiel. Minispiel. Und es hat die besten Videos. Oh, mein Gott. Drück den Vogel, um ihn zum Singen zu bringen, was? Oh, wir müssen Töne treffen. Aber hier, oder? So, quick time, wir gucken. Warum trefft, geht das? Ich treffe halt gar nichts mehr. Ich bin voll raus. Trotzdem gewonnen. Oh, im Ende war ich voll raus. Ich hab nichts mehr getroffen. Oh mein Gott. Das ist auch geil. Die Minispieler alleine, ne? Ja. Oh, hier hinten ist halt einfach alles einfach mit so Kisten. Mit so Ratterhandkisten zugestellt. Oh, wie gut. Aber ich denke, dass man auch hier überall hin kann. Ich schieße mich jetzt selber aus einer Kanone. 500 Punkte. Mal gucken. Du auch triffst. Ich lebe noch. Das war die perfekte Bogenlandung. Übereinander. Oh, Zug kommt. Können wir da mitfahren? Wir können mitfahren. Ne, du, ne, ich kann nicht. Ach, hier. Ich kann rufen. Oh, bei mir wackelt das Bild voll. Echt? Es ist großartig, dass du dein Werk zu Leben kommst. Du, du, du. Wie hat denn der jetzt lang? Ich muss mal wissen, wie der nachgeht. Okay. Wie cool es ist einfach. Ich glaube, das ist wirklich eines der besten Spiele, die ich seit langer, langer, langer Zeit gespielt habe. Hier ist der Bahnhof. Ich steige mal aus. Ich bin gerade voll rumgeglitscht bei mir. Ja, bei mir hat auch das Bild halt so komisch gewackelt. Keine Ahnung. Internet oder so. Oh, was ist das da? Das ist ein Drucker. Oh, guck mal. Ich habe hier einen Kran. Den brauchen wir. Warte mal. Können wir... Oh mein Gott. Warte. Wo bist du? Ich kann malen. Ich will gelb. Gelb? Warte, ich muss doch... So reinspringen in die Farbe. Und dann... Letzt sie hier rumrennen und malen. Das ist so cool. Schon mal noch Spaß. ein Herz zu malen. Ist nicht wirklich gut geworden. Ist das... Allein, dass du sowas machen kannst, ist doch mega. Ah, hier kannst du wieder sauber werden. So beautiful. Wenn du dir so richtig kreative Menschen hast, die malen dir hier übelst die Bilder hin. Ja, die springen halt dann. Oh, guck mal. Ein neues Blatt. Oh. Nee, ich habe das auf die Leinwand übertragen. Und jetzt ist es leer. Wieder. Oh, das ist ja cool. Oh, nochmal. Oh, das ist halt cool, was ich jetzt für eine schöne Farbe habe. Oh, die ist toll. Ich bin noch wer von der Farbe. Wo war ich drin? Hier. Hier, ich habe kackbrauen. Das ist nur lila. Die andere Farbe war schöner, aber... Sauber. Das ist auch eine komische Farbe. Oh, ich habe ein Baby-Rosa. Schweinchen-Rosa. Ein Schweinchen-Rosa mit Orangesrand. Wollen wir ein Herz malen und Y-T reinschreiben für YouTube? Wenn wir das hinkriegen... Klar. In welcher Farbe? Also das Y und T müsste eigentlich ja rot sein. Hier mache ich nochmal rot rein. Das Herz aber eigentlich auch. Ach so, stimmt. Ja, dann machen wir das Y und das T in, ich weiß nicht, grün oder so. Okay, warte. Willst du das Herz machen, oder...? Ich kriege das nicht drin. Ich habe das eben schon versucht. Warte mal, ich versuche einfach mal so zu malen. Wenn wir hier anfangen, hier rum, hier rein und hier wieder zurück. Müsstest du ja, warte mal. Aber das Problem ist halt, dass das Bild hochkant auf die Leinwand kommt, aber egal. So, warte mal, da muss man hier unten anfangen. Okay, warte. Okay, warte, ich kriege das doch nicht hin. Ja. Das müssen wir nochmal machen. Ganz blitzig, aber so, das ist gar nicht so leicht. Das Problem ist, du siehst es halt nicht. Warte mal, dann bleib du mal dort oben stehen. Guck mal, das ist verkehrt rum. Du musst hier quasi anfangen. Genau, bleib mal dort stehen oben. Ja. Dann gucke ich nämlich einfach bei dir. Also. Oh. Ich habe keine Farbe mehr. Warte. Ah, nein. Da bist du die Farbe. Lacht nicht. Mach es halt fest. So, und jetzt? Warte, wir können das ja als Grundbasis nehmen. Warte mal. Oh. Nein. Das ist halt individuell. Das ist ein sehr skeptisches Herz. Das hat halt so eine komische Augenbraue. So, und jetzt? Oh. Jetzt stehe ich scheiße. Das ist jetzt ein V. Ja, warte. So. So. Tada. Warte. Jetzt müssen wir aber die Ecke, wo du grün jetzt reingeplanscht bist. Mal mal. Mal 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 mal. Das ist gar nicht so einfach, hier einfach nur nachzulaufen, die Kante so. Weißt du? Okay. Willst du noch was verbessern? verbessern. Warte, ich hab die Idee, wir machen noch unseren persönlichen Abdruck drauf. Toll. Ich dachte, da passiert jetzt was. Schade, dass wir uns nicht so draufplatschen lassen können einfach. So, dass du einen Abdruck von unseren Manikiken hast, weißt du? Ja. Nee, da passiert nix. Okay, also jetzt kommt es aber auf die Leinwand. Ja. Ah, guck mal. Nur für euch, YouTube. Ist es nicht schön. Ich finde, wir haben das sehr gut gemacht. Ja, so, hier sieht es aus wie... Naja, egal. So, ich weiß auch, wo wir übrigens hin müssen. Okay. Nämlich da hoch, zu dem Kran. Okay. Oh, look at him go! Bin oben. Du musst einfach nur springen. Niki. Geh mal zurück. Da, springen und RB drücken. Wow. Einfach nur springen und RB drücken, hat sie gesagt. Ich stehe hier oben, wenn mir das geklappt hat. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ja, immer noch da. So. Okay, du unten und nicht oben, oder was? Ja. Okay, ich mach hoch, links, rechts und ich hoch runter. Genau, aber du musst es halt länger machen. Wir müssen das dann, glaube ich, so schwenken. Warte, rechts, warte, rechts, rechts, rechts. Aber weiter rechts geht dann hier nicht. Stopp, stopp, stopp. Nein, links, links, links. Stopp. Warte, minimal. Stopp. Noch ein Stück, kleines Stück. Ah, noch. Okay. Jetzt müssen wir nach rechts. Jetzt musst du wieder ein Stück hoch erst, oder? Na, also weiter nach rechts als so kann ich nicht, weil hier ist eine Schranke bei mir. Äh. Also vor, zurück. Vor. Zurück. Zurück. Vor. Zurück. 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 So wie bei einer Schaukel. Poch, poch. Wir brechen ein. Oh, hallo. Warte, warte, wir sind nicht hier, um Probleme zu causen. Ja, ja, wir sind hier, um die Elemente zu sehen. Wie die grinsen? Mir läuft. Wie leidst du dich insultern? Du bist die Frau der Königin des magischen Kastels. In short, ihre Majestät. Oh, ja, wir sagen sie, ihre Majestät. Kannst du uns zu ihr? Es ist ein bisschen urgent. Die Königin hat keine Bezahnen mit Bezahnen. Bezahnen? Whoa, whoa, back up. Who are you calling peasants there, buddy? Okay, I built this castle. All right, I even came up with the name Magic Castle. So if it wasn't for me, you wouldn't even have to be... Excuse my underling, ma'am. Underling? Underling, yes. We are messengers from a land far, far away. We come with a very important letter for her Majesty. Hand it over. Oh, well, um, we need to see her Majesty in person. Hmm, why? Ah, because they wanna kill the queen. What to do? Do you speak the truth? Of course, I never lie. I'm Dr. Hakim, book of truth. And your Majesty's service, cutie Elephant III, queen of the Magic Castle. Will you just stop sucking up? Don't listen to him, all right? He's crazy, loco. He's lying. Oh, yeah, then why don't you show the letter to her Majesty, huh? Well, maybe I will. Okay, so the thing with the letter is it's kind of complex. Ah, exactly. Because there is no letter. Case closed. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Dr. Hakim. Mom. Mom. Hey, Klo. Hey, Mae, you okay? Oh, not been this great in years. Oh, gosh, Cody. Why did you build prison cells? Well, because all castles have prison cells. Sorry. Then make up the rules. Hey! Anyone hear us? Hello? Hello? Well, lucky for us, you're not the engineer in the family. Do you mind? What are you doing? I built that! Yeah, I can see that. The toilet has no pipes. Yeah? It's a toy castle. Toys don't go to the bathroom. Oh, I really should have skipped those beans. Come on, hurry up! I can't! Okay, so you built this place. Where to now? Just turn right here. Guards! Over here, quick! Come on! Oh, come on, is it the bone? Yeah, it's the bone. Oh, it's too much! Oh, ich bin Zauberer. Ich hab Schwer. Okay, warte. Ich muss üben. Äh, wollen wir nicht, äh, also wegen halbe Stunde und so? Ach so, ja. Dann, ich mach mal jetzt Pause, weil ich weiß, ob wir jetzt gleich angegriffen werden. Dann, ja, machen wir jetzt Schluss an der Stelle, ne? Ja. Oh mein Gott, das ist so gut. Also es ist, jedes Level ist irgendwie so anders, so kreativ. Ich mag's, ich mag's sehr. Ja, ich glaub, wir schwärmen jede Folge von diesem Spiel und es ist einfach so unglaublich toll. Ha, 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 ha. So. YouTube, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann probieren wir unsere neuen Kräfte aus und gucken mal, was wir damit alles so veranstalten können. Das machen wir. Bis dahin, YouTube. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020